Wir werden gleich verschiedene Songs hören und diese Songs werden aber nicht mit den Instrumenten gespielt, sondern wie ihr schon hört, A Cappella. Die Positionen werden quasi, also wenn der Bass einsetzt, heißt es Bass, 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 Schlagzeug, Schlag, Schlagzeug und daraus ergibt sich dann nach und nach der Song. Also jedes Instrument, was einsetzt, wird mündlich von dem jeweiligen Instrument und der Person, die dahinter steht, gezeigt. Das bedeutet, wenn ihr es wisst, buzzert ihr. Wenn ihr eine Antwort habt, die ist richtig, dann gibt es einen Punkt. Sollte die Antwort falsch sein, ist die Runde für euch geschlossen. Die anderen können aber weitermachen. Das heißt, wir können auch weiter reinhören. Ihr müsst nicht sofort lösen, wie ihr wünscht. Soweit, so gut. Dann fangen wir mal an und ich frage, welchen Song suchen wir? Das ist der erste. Gitarre, 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 Gitarre. Gitarre 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 Die Band liebt dich, weil es ist so hart. Das ist dein Punkt, das ist richtig. Super. Machen wir weiter. Wir hören in den nächsten Song rein, welchen Song suchen wir? Das ist eine alte Hip-Hop-Gruppe. Machen wir im Kopf weiter. Ganz bekannter Song. Okay. I love you. Ich weiß es hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ganz kurz. Wenn wir jetzt gleich sagen, Teddy, deine Runde... Beat Nuts! Jetzt wird es... Nein, pass auf. Jetzt wird es shady, weil natürlich ist es auch so, wenn du den Song, und das kann ja nur einer sein, wenn wir den jetzt länger gehört haben, wüsstest du, der Beat ist Beat Nuts. Aber der Song ist ein anderer. Teddy, es war leider falsch. Damit jetzt sofort die Buzzer für die anderen frei, wenn ihr buzzern und lösen wollt. Und dann, Shirin? Jenny from the block. Jenny from the block. Jenny from the block? Yeah! Okay. Shirin, das ist ein Punkt. Da geht sogar meine Stimme weg. Dankeschön! Ja, bitte. Herr Teknobran. Es ist Beat Nuts falsch. Also wenn du jetzt... Lass mal kurz sacken. Denk mal kurz drüber nach. Ist es falsch? Macht es Sinn? Nur von der Sinnhaftigkeit her. Nur nicht total. Aber wir haben ja eben zum Beispiel auch gesagt, ich verstehe nicht, aber ich möchte es dir nochmal erklären und gleich ist meine Geduld am Ende. Weißes ProSieben, was du hier abziehst. Es ist aber natürlich nur das Sample. Das Sample ist von den Beat Nuts. Aber es ist ja nicht der Song. Ich hab's verstanden. Teddy, gut. Wir haben einen weiteren Song für euch. Das ist er. Dit passiert ja natürlich genau so. Bitteschön! Schlaf, zoi. Schlaf, zoi. Schlag, zoi. Schlag. Zoi. Schlag, zoi. Schlag, zoi. Schlag, zoi. Bo! Ich glatt bist ja auch. I got to be." Ja! Ja, ja, ja. Won't you stay with me? Bam! Sam Smith, Anna. Stay with me, Sam Smith. WON'T YOU STAY WITH ME WON'T YOU STAY WITH ME WON'T YOU STAY WITH ME Gitarre, 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 Gitarre Gitarre, 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 Gitarre. Gitarre, Gitarre, Gitarre. Boah ... Okay ... Das sind die Doobie Brothers mit Long Train Running. Ich liebe es, dass du für den guten Gag einfach passest. Und so komm ... Was für ein Gag? Entschuldigung, das ist ... Das habt ihr eindeutig gespielt, in der Version von Esposito. Nein, es ist leider falsch. Dürfen wir es noch mal hören? Das Gute ist, darf ich eine Frage dazu stellen? Du hast teilweise die Gitarre auch in der Hand, wenn du Gitarre machst. Hilft das dann beim ...? Nicht wirklich. Dann hören wir einfach noch mal rein. Das sieht ein Jackett aus. Gitarre, 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 Gitarre. Gitarre, 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 Gitarre. Maroon 5. Mhm. Got the moves like Jagger. Wow! Moves like Jagger. Maroon 5. sehr gut von von allen beteiligten muss man einfach mal ganz gut sagen sehr sehr gut nicht nur bei euch auch hier waren sie nicht gut antonia drei punkte sie ist super sie ist gleich auf mit teddy wir haben einen allerletzten song es gibt noch einen punkt in dieser runde zu verteilen du bist du bist das prodigy mit hello shake my ding dong ich weiß den song nicht aber prodigy stimmt das ist einfach gut jetzt kann man auch mit dem glockenspiel nachspielen dass er bekannt und der song heißt er hat einen namen es ist ein namens ist im tunnel mit dem video wo er so ein gespenst es ist ein wort ich werde mich gleich wahnsinnig ärgern weil ich weiß es ich weiß es okay dann sage ich leider nein was ganz weh aber damit ist der buzzer offen für die die es lösen wollen wer möchte lösen oder habt ihr jetzt alles und ich bin der firestarter ja verdammte den punkt kriegste ja aber da wusste es ja auch den punkt kriegste alles gut jetzt ging gerade die lampen bei dir aus man gehen sie wieder an der anscheinend habe ich jetzt reingerufen das war jetzt blöd ich habe euch den punkt genommen ist die frage in die runde ist das okay ja wir sind wir sind ja also mir ist auch nicht eingefallen dir ist auch nicht eingefallen antonia sagt ist ganz großzügig mit antonia ist okay wenn er was nicht so eine almosen scheiße sag mir ganz ehrlich ob du es gewusst hättest weil ich glaube ich nicht gewusst ja dann reg dich bitte nicht auf dann freu ich mich für den punkt danke antonia die band als dringster mal die winter scheiß wollen ganz kurz erwähnen mega gut mega mega gut wir schließen diese runde und das war instrumenta a cappella